Ja, passt. Na dann. Ich bin ja neu hier. Ich zeig dir mal wie es geht. Oder wie es nicht geht. Das ist sehr fabrikadiert auf jeden Fall. Ich würde sagen wir gehen von ganz oben durch. Ready? Ready. Oder nicht. Klingt von links. Von links hätte ich eigentlich keinen gesehen vorhin. Von unten, aber... Oh, Alter. Ich glaube du bist in eine Sprengfalle reingetippt. Das gibt es auch? Ja. Gescheißen. Nein, Alter. Okay, den möchte ich dann nachher nochmal machen. Ja, was? Hätte ich doch drunter schauen sollen, dann hätte ich es vielleicht gesehen. Eigentlich hättest du es von innen schon sehen müssen. Echt? Na ja, er hat sich ja wenn innen angemacht und nicht außen, oder? Du hast jetzt auch einen stecken müssen. Ja. Du hast oft solche Durchgänge bei den Leuten. Mhm. Ich habe mich zuerst da gespielt. Habe ich nicht gesehen. Ich glaube dieses Gnaren. Ich kann. Überall Gnades. Der git. Er hat mir doch nur das mitbezugt. Also, bezig. Wie okay. Und dann ist die Leute. Eine Kamera an sich zu hoffentlich betchen. Dann sind die noch. Na gut. Wir müssen es besser machen. ne Kopfkamera. das war jetzt ein schnelles vergnügen na gut ich habe jetzt auch offensiver gespielt da werden wir es eh noch mal machen dann haben wir das probieren offensiver hat ja auch gut geklappt es wird nicht durch diesen durchgang gekommen na gut ist sie in der neige schon wieder sie aber auch ich auch wie konnten sie zum einsatzleiter befördert werden er ist der einsatz würde aber glaube ich wieder von oben bin ich glaube das war nicht so schlechte idee muss ich mir jetzt das mal anschauen mit der springfalle aber das wirklich sieht ja da sieht man es zum beispiel jetzt das ist rechts den draht das sind rad unten das draht ja siehst du nicht aber da unten drinnen kann man das entschärfen ja kann sie durchschneiden das wollte ich jetzt nicht ich sehe das unten Aufgang Ich hab ihn gesehen, sorry Achso, du hast ihn gesehen Ich will gerade losgehen Wo? Wo hast du ihn gesehen? Nach links gelaufen In die Tür ran also Achso, da ran Ich deck dich gerade aus Du kannst jetzt nach links gehen Der lebt aber noch Den hab ich jetzt nicht gesehen Der lebt sich Halt wieder zu schnell Du hast schon wieder einen ganzen Raum weiter Ja Das war's schon Da bin ich zu schnell in den Lippel Also Mann, ich hab dich da jetzt nur abgedeckt Dass du nach rechts gehen kannst Und du hast schon wieder im Raum drehen Also zwei Schritte weiter Ja Du bist jetzt fehlgeschlagen Ja, weil du tot bist Du bist immer fehlgeschlagen, wenn du tot bist Ja, weil es schön aus ist, meine ich Ja, weil es fertig war Ja, weil es fertig war Ja, fertig Achso Aber du kannst ruhig noch mal machen Achso, das heißt, da gibt es nicht so viele Leute Nein Das geht ja darum, dass sich einer Hat ein paar Polizisten gerührt und er verbarriktiert sich Das heißt, man geht ja nur eigentlich von einem Verdächtigen aus Achso Den muss man aber nicht lebend fangen Sollte man Sollte man Sollte man, okay Ich glaube, das ist der mit dem Haarenanzug Mhm Na gut Aber Oh, da brauchen wir jetzt mal von unten ran Ja Soll ich einen schon? Soll ich Soll ich Sprengfalle sehe ich keine Bereit? Ja Vor ich, komm Wo gehst du hin? Bitte? Na komm Wohin soll ich? Achso, du hast das da gesetzt Geh rechts Geh rechts Geh rechts Geh rechts Komm rechts an Geh rechts Ob das weiß der, den wäre ich Recher, der Medikatorin steht bei Der ist jetzt verhaftet Der ist jetzt verhaftet Halt jetzt auf! Geh rechts an den Knochen! Beste ist wahrscheinlich oben Ja Da geht's Weiter. Willst du springen vorne? Hoppe. Weiter. Entschuldigung. Wollen wir schon wieder in die Luftflinze hin? Jetzt haben wir da mal Wasser. Langsam mal frei da. Das ist eine Sprengfalle bei der Tür. Genau. Da war irgendwo eine Tür, hast du gehört? Ja. Das ist ober uns, oder? Ober uns? Wie viel haben wir denn da? Ich bin nur ein, geil. Da oben sind glaube ich zwei. Ich bräuchte Hilfe. Ich bin tot. Achso, bist du tot? Wo bist du gestorben? Ich dachte, dass da keine Sprengfalle ist. Okay, auf ihn. Talk to Entry Team. Copy that. Put him on safe and let him hang. Na? Ist das nochmal mal 100, oder? Machen wir andere mal. Ich dachte, da ist kein Sprengfall. Bist du unten irgendwo reingang, oder was? Oben. 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 Ja. Sehr schön, aber trotzdem. Aber gefällt mir. Die MP7 gefällt mir jetzt auch. Mhm. Zumindest im Dauerfall. Auch wenn die Schlagskraft hat. Oh ja, ich hab eh die Munition. Ah ok. So. Für die habe ich eine Stunde jetzt gebraucht. Na? Mal rauf. Bringen Sie Ordnung ins Chaos. Zivilisten, Scharfschützen, die wir im Zimmer lokalisieren, verhaften Sie drei Verdächtige. Musikproduzent finden. Stab oder? Fünder den Marineoffizier finden. Scharfschützen und Gewehr lokalisieren. Echt? Hast du eine Stunde gebraucht? Ja. Schaut jetzt nicht so groß aus. Was war das jetzt auch nicht das Haus? Was würd ich denn sagen? So Räumen werde ich eine Schrot auch in die Ideale. Ja, Schrot habe ich wirklich noch nie probiert eigentlich. Das ist jetzt deine. Das ist der Joe Mann da. Ok. Ah, ich mach mal grad grünen Tee. Ah, die Einstellungen bleiben alle beibehalten, wenn man meine Waffe aufgerüstet hat. Ok. Ich hab grünen Tee gedrungen. Ah, musst du noch was einstellen, weil ich hab schon bereit gedrückt. Achso, sorry, ja. Mach ich noch geschwind. Du hast noch 60 Sekunden. Aber was sagst du jetzt nach den ersten paar Missionen? Das ist cool. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Du hast doch grünen Tee trunken. Da hinten bei dem Automaten. Ah ja. Ups. Das ist wirklich cool gemacht. So realistisch und taktisch und ja. Ja und es ist nicht so, sag ich so ultra schwer, also du weißt was ich meine. Es ist jetzt so, du kriegst zwar Small, aber irgendwie hast du trotzdem Lust das weiterzumachen. Also es ist nicht so, dass du frontzentrierst wirst. Frontzentrierst. Du bist aber so lange Waffe. Wo hast du hingeschaut bitte? So. Jetzt bist du wieder ran. Okay. So lange da keine. Geht einmal rechts. Mhm. Du steppst auf die Schuhe. Da ist einer! Links, 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 links! Lass mich fahren, okay. Also. Das war wir. Wird der Fetter gelaufen sein? Ja. Ja. Verhaftet ihn da hinten. Das ist sowas, wenn du eingeschossen bist und du zurückziehst, dann lass mich gleich vorgehen. Weil da ne Wischchen. Sorry. Was? Da hinten ist noch ein Siebel. Nein, ich verhaftet ihn drin. Ein Sivilist. Entry Team to talk. Zivilien standing by for trailers. Ja. Wow. Haben? Ich muss dann auf jeden Fall raus. Die Schuhe ist scheiße. Musst du distanzen auf jeden Fall? Ja. Wo hin? Links, rechts gerade? Gehen wir da gleich weiter. Äh, links. Hins. 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 Hinther kommt einer. Es ist jetzt in die Wohnung eingelaufen wo einer war. War aber vorher, aus am Kameraden rechts drinnen. Aber er ist links... in der Wohnung. In der 1201er? Ja. Da müssen wir die Scharfschützengewehr sichern. In der Wohnung müssen wir jetzt die Gewehr sichern. Ganz ruhig reingehen. Ich tecke hinten ab. Also ich dachte, der ist drinnen da. Er ist da reingelaufen. Ich weiß nicht, wohin er gelaufen ist. Copy. Clean house and we'll take them out. Ich höre nur aus der Rechte. Ich höre nur aus der Rechte. Ganz Unterstützung brauchen. Wart super. Kann ich dich jetzt nicht durch den Haftblatt führen? Hast du ihn? Nein, ich glaube nicht, dass ich ihn habe. Donnelly. Suspect is bleeding out. Use medical aid. Talk to entry team. Copy. Clean house and we'll take them out. Hast du einen Rest? Gesiedert? Ich schaue jetzt gerade wegen dem Sniper. Ja, passt. Ah, da liegt sie. Sehr schön. Ich bin, ich sag auf der. Ich bin, ich bin fast in meinemес. Vielen Dank.